Was bedeutet für Sie Unternehmertum? Unternehmertum bedeutet für mich Unabhängigkeit, Gestaltung, bedeutet aber auch Verantwortung, Dinge entwickeln. Wer ist Ihr Vorbild und warum? Ganz ehrlich, Vorbild, das in Person habe ich nicht. Was macht einen guten Unternehmer aus? Ein guter Unternehmer macht aus Respekt der Umwelt, seinen Mitarbeitern gegenüber, Vertrauen, Fairness, Erfolg. Ich wurde Unternehmer, weil es für mich die interessanteste Aufgabe ist. Was war Ihr erster Erfolg als Unternehmer? Da ich Nachfolger bin, ist der erste Erfolg, wenn man ins Unternehmen reinkommt, akzeptiert zu werden. Und was war Ihr größter Fehler? Mein größter Fehler? Da gab es sicherlich einige, aber der eine größte... Es gibt Entscheidungen, mit denen man nicht zufrieden ist im Nachhinein. Was war Ihr Nachfolger? Philipp, der teve 지나 invece. Wir brauchen so ein paar Erfahrungen.